Musik Bruck an der Mur, eine Stadt verbindet Menschen. Genau genommen sind es rund 20.000 Menschen, die hier und in der angrenzenden Gemeinde Obereich mit allem, was zum täglichen Leben zählt, versorgt werden wollen. Bereits vor rund 100 Jahren wurde der Grundstein für die heute lückenlose Versorgung gelegt. 1903 nahm das stadteigene Elektrizitätskraftwerk auf der Murinsel seinen Betrieb auf. Der in den folgenden Jahren rasch zunehmende Bedarf an elektrischer Energie brachte ein ebenso schnelles Wachstum der städtischen Betriebe mit sich und führte schließlich 1922 zu einer eigenen kaufmännischen Verwaltung. Die Stadtwerke Bruck waren geboren. Stromversorgung funktioniert dann optimal, wenn für uns alles selbstverständlich ist. Wir sind in der glücklichen Lage, keinen Gedanken an die vielen Arbeitsschritte hinter der Steckdose verschwenden zu müssen. All das erledigen die Stadtwerke rund um die Uhr und täglich für uns. Noch immer, wie vor 100 Jahren, bildet das Kraftwerk auf der Murinsel einen zentralen Punkt der Stromversorgung. Rund ein Drittel der benötigten Elektrizitätsmenge wird von hier aus in das Netz gespeist. 580 Kilometer Leitungen werden von einem Team aus Spezialisten gewartet und betreut. Vom Familienhaushalt bis zu den großen Industriebetrieben der Stadt. Alle wollen Strom und alle bekommen ihn. Unter der Devise, alles aus einer Hand. Planen, installieren und betreuen die Mitarbeiter der Stadtwerke, aber auch private und Industrieanlagen. Von der Gegensprechanlage eines Wohnhauses bis hin zur Projektierung und Ausführung kompliziertester Netzwerksysteme. Wasser ist zum Waschen da. Das Umfeld dafür gestalten die Stadtwerke so angenehm wie möglich. Das Traumbad von der Planung bis hin zum ungetrübten Genuss. Die Gas-Wasser-Heizungs-Installationsprofis wissen wie. Darüber hinaus versorgen uns die Stadtwerke rund um die Uhr mit hochwertigem Trinkwasser. Insgesamt sechs Trinkwasserspeicher werden penibel betreut. Jede kleinste Verunreinigung könnte hier katastrophale Auswirkungen haben. Permanente Kontrollen im Hintergrund sichern uns reinstes, gesundes Trinkwasser. Behagliche, gemütliche Raumwärme ist längst keine Frage des Geldes mehr. Viel wichtiger dafür ist das Know-how von Profis. Sie ermöglichen es, durch ökologische und ökonomische Planung und Beratung optimale Wirkungsgrade zu erzielen. Ist die Heizanlage erst einmal installiert, sorgen die Stadtwerke auch für die Betriebsführung, die Energielieferung und die Wartung. Ein 24-Stunden-Service garantiert Ihnen auch an kältesten Wintertagen wohlig warme Füße. Kalifornien, Asien oder ein anderes Reiseziel dieser Welt. Jede Destination ist bequem, von den beiden Reisesentern in Bruck und Kapfenberg auszubuchen. Kein anonymes Buchen, sondern persönliche Beratung und die Verantwortung eines stadteigenen Unternehmens garantieren Träume, die wahr werden. Wieder zu Hause. Willkommen in Bruck. Zur Begrüßung sagen Blumen mehr als tausend Worte. 1.900 Quadratmeter Blumenanlagen werden von den Floristen der Stadtwerke Bruck gehegt und gepflegt. Aber auch unser ganz persönliches, körperliches und mentales Wohlbefinden ist den Stadtwerken Bruck ein großes Anliegen. Gesund werden und gesund bleiben. Im neuen physikalischen Ambulatorium werden klassische Behandlungsmethoden sowie auch ganzheitliche Therapien durchgeführt. Auf dem Programm steht heute ein kulturelles Ereignis. Ausstellungen, Theater und Konzerte. Nicht umsonst gilt Bruck an der Mur als der Kulturtreff der Oberstammark. Das derzeit grösste Bauvorhaben der Stadt lässt bis 2004 eines der modernsten Veranstaltungszentren Österreichs entstehen. Gebaut und später geleitet von unseren Stadtwerken. Kultur ist jedoch weit mehr. Auch die Kultur des sozialen Zusammenspiels unserer Gesellschaft bis hin zu tiefgreifenden persönlichen Ereignissen gehört zum täglichen Ablauf des Lebens in unserer Stadt. Seit vielen Jahren geleiten die Brucker Stadtwerke Bürger auf ihren letzten Weg. Weit über die ursprüngliche Funktion des Stromversorgers hinaus bieten die Stadtwerke heute all das, was uns das tägliche Leben leichter und angenehm macht. Meist im Hintergrund, meist selbstverständlich. 160 hochmotivierte Mitarbeiter arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Kompetent und immer für Sie da. Be visions zu ändern Die Darauf幅 Die Darauf幅 Die Darauf幅